Musik Den Wein des Monats August stellen wir Ihnen heute aus Los Angeles vor. Und zwar am Hermosa Beach, hinter uns der bekannte Pier. Und neben mir Kalli, seit 25 Jahren begeisterter Wiffkunde. Und er hat die Ehre und das Vergnügen mit mir, den Sommerwein des Monats vorzustellen. Den Duett trocken vom Weingut Metzger. Duett, deswegen auch mit uns zweien, aus den Rebsorten Riesling und Sauvignon Blanc. Es ist gar nicht so einfach, zwei solch aromatische Rebsorten wie Riesling und Sauvignon miteinander zu vermählen. Denn eine Cuvée soll ja immer eines bewirken, mehr als die Summe der Teile zu sein. Musik Und es ist Uli Metzgers feinem Gespür und auch seinem guten Geschmack zu verdanken, dass er es echt schafft, dass beide Rebsorten sich bestens ergänzen und sich gegenseitig unterstützen. Uli Metzger teilt die Qualität seiner Weine in drei Stufen ein. Wir haben hier ein Pastorenstück und der Duett ist ein höchst überzeugender Sommerwein. Na, dank der beiden tollen Rebsorten Sauvignon Blanc und Riesling, expressiv, wunderbar, nach Stachelbeere, nach Pfirsik. Gut, hätte ich schon besser formulieren können. Ja, siehste. Musik Ja, wie schmeckt der denn? Ja, super. Frisch, saftig, tolle Frucht, die Säure schön eingebunden, also Respekt. Kann man trinken im Sommer. Kann man trinken im Sommer, wunderbar. Also der richtige Weiner für hier. Auch hier für Kalifornien, da kann der absolut mithalten, jawohl. Auch der leichte Alkohol, denke ich, ist ein Riesenpluspunkt jetzt für die warme Jahreszeit. Und damit, ja, können wir uns gerne... Oh, ist ergnügen. Zum Wohl. Cheers. Ciao. Cheers.